Ich? Wir gucken auf Aktien, die natürlich brutal zugelegt haben in den letzten Tagen, Wochen. Wir gucken auf ein neues Unternehmen aus China, was vielleicht in der Automobilbranche für Aufsehen sorgen könnte, aber natürlich erstmal an den Start muss und schwierig ist, börsentechnisch da ranzukommen. Aber könnte man durchaus machen. Dann natürlich gucken wir auf NIO, NIO und Xpeng. Wir machen weiter mit chinesischen Aktien und schauen da auch nochmal in aller Ruhe drauf, direkt zu Anfang. Und nachher muss man dann auch nochmal über Elring Klinger sprechen oder eine TUI. Ist ja Wahnsinn, wie die wirklich abgeht. Schauen wir erstmal auf den DAX, auf den großen DAX. Und wir sehen es komfortabel im Plus 1,01%. Und natürlich muss man sich jetzt fragen, war das jetzt der Startschuss für die Jahresendrallye? Ich persönlich glaube, durch Wachsen, ja, es ist der Startschuss. Wir sehen aber auch eine kleine Umschichtung, die andere Aktien auch wieder nach unten drückt. Deswegen macht sich das vielleicht in den Leitindizes nicht so extrem bemerkbar, wie man es gerne hätte, dass die auch extrem weiter anziehen, sondern eher so ein bisschen gemächlich nach oben gehen. Aber das ist gut, denn so verschiebt sich dieses Verhältnis, was wir auch gesagt haben, wo sich die Gewinne anpassen müssen, wo sich die Verluste anpassen müssen, verschiebt sich in aller Ruhe zusammen. Und wer jetzt noch nicht die eine oder andere Aktie hat, die ich hier schon erwähnt habe, ich zeige es gleich nochmal, der ist natürlich auch ein bisschen, naja, nicht gekniffen. Es gibt ja auch viele andere Aktien, die gut laufen, aber wir hatten einige dabei, wo wir gleich auch nochmal drauf gucken, gucken auf unsere Watchlist, wie die sich entwickelt hat. Und dann sehen wir, dass es eigentlich ganz gut war. Dann haben wir natürlich das große Thema in den USA. Donald Trump ist so ein bisschen eingeknickt. Er gibt jetzt quasi ein bisschen Spielraum ab für Joe Biden. Er darf sein Etat freischalten. Er darf sich auf das Präsidentschaftsamt vorbereiten. Er darf Geheimdienstinformationen bekommen. Aber Donald Trump hat natürlich gesagt, er hätte das nicht gemacht. Aber wir haben hier diesen Treat von Emily Murphy, weil die gute Dame hat nämlich das in der Hand. Die ist bei dem General Services Administration und deren Unterschrift gibt erst das frei. Ist eine kleine Behörde und auch vielleicht nicht die bekannteste Person der Welt. Aber die hat in diesem Fall mächtig viel Macht, denn mit ihrer Unterschrift hat sie jetzt die ganzen Sachen für Joe Biden freigegeben. Und Donald Trump wollte das ja eigentlich nicht, aber war auf dieser Emily Murphy so rumgehackt wurde von Joe Biden und seinem Anhang, wie er hier schreibt, dass sie has rated, treated and abused. Also wir sehen es hier. Die gute Dame ist fürchterlich schlecht behandelt worden von seinem Nachfolger. Und deswegen hat er natürlich jetzt angewiesen, dass sie die Unterschrift leistet und dass Joe Biden hier jetzt diese Privilegien, die jeder Präsident hat, genießt. Also auch das ist ein gutes Zeichen für den Markt. Und dann kommt er noch hinzu. Auch die Tage von, nicht nur von Donald Trump sind wahrscheinlich gezählt, auch die von Steve Mewchen, dem Finanzminister. Und hier muss man sagen, hat Joe Biden ja wieder einen cleveren Schachzug gemacht. Er hat Janet Yellen, Janet Yellen, so rum, die ehemalige FED-Chefin als neue Finanzministerin ins Boot geholt. Darüber atmet auch die Wall Street so ein bisschen auf, weil sie nicht eine der Regulatoren ist, dass sie jetzt gefürchtet hat, dass man diesen ganzen Fangaktien, und wir kennen die Problematik, wie die Demokraten darüber denken, dass sie da ein bisschen schärfer sind als eben die Republikaner. Aber Janet Yellen wird da mit Sicherheit vielleicht ein bisschen konservativer vorgehen. Das gefällt der Wall Street. Das gibt der Wall Street jetzt auch wieder so ein bisschen Auftrieb. Und das könnte auch so ein Signal sein, wie es weitergeht mit Joe Biden, dass die Wall Street das Ganze jetzt ein bisschen freundlicher aufnimmt. Also auch hier wieder kluger Schachzug von Joe Biden. Ich muss sagen, der macht einiges richtig, besänftigt jetzt auch so ein bisschen die Wall Street. Und damit könnte natürlich auch die Rallye weitergehen. Und gestern ist sie weitergegangen bei NIO. Wir sehen es hier in diesem Kurs. Raketenhaft von unter 10 US-Dollar mittlerweile auf 55 US-Dollar. JP Morgan hat nochmal das Kursziel um 4 Dollar erhöht, von 56 rauf auf 60. Das hat gestern so ein bisschen noch diesen Kurssprung von 12,44 Prozent ausgelöst. Ich habe in der Überschrift geschrieben, wie lange kann das noch gut gehen? Ich glaube, es wird noch länger gut gehen. Wir wissen, wir haben es gesagt, wir haben Anfang Januar den New Day, wo vielleicht ein viertes Modell vorgestellt wird. Bis dahin auf jeden Fall die Fantasie hoch. Wir wissen aber auch zum Beispiel, Battery Day Tesla nicht so prickelnd erstmal ein bisschen zurückgekommen. Sollte hier kein viertes Modell kommen, könnte das natürlich auch der Fall sein. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf halten. Die Aussichten sind aber gut. Über die Bewertung kann man jetzt streiten. Wir haben jetzt mittlerweile einen Börsenwert von 76 Milliarden Dollar für einen Börsenumsatz, der geschätzt wird für 2021 von noch nicht einmal 3 Milliarden. Also hier sind wir ein Vielfaches rausgeschossen. Aber natürlich spielen die Analysten noch mit. Wir kennen dieses Spielchen. Wir haben es bei Beyond Meat gesehen. Auch hier war es ganz klar, dass die Analysten Kursziele ausgerufen haben. Und irgendwann hat es eine Zeit lang gedauert, bis alle mit dem Finger gewedelt haben und sagen, wir sind jetzt in astronomischen Höhen. Und dann hat es immer noch ein paar Monate gedauert oder ein paar Wochen zumindest, bis die Aktie auch darauf reagiert hat, weil irgendwas nicht gepasst hat. Das eben könnte der 7. Januar sein. Aber insgesamt unterm Strich muss man sagen, NIO ist gut unterwegs. NIO hat gute Modelle in der Palette. NIO steigert die Absatzraten gut. Und auch vor allen Dingen, was mittlerweile fast viel wichtiger ist als das Auto an sich, der Bereich Software. Auch wir haben gesehen, dass hier in den vergangenen Tagen und Wochen VW-mächtig Dampf gemacht hat, VW-mächtig investiert. Es kommt auch ein gutes Stück mittlerweile auf die Software an, die im Auto ist. Da ist NIO hervorragend auch unterwegs. Da hat man viele Leute, die daran arbeiten. Von daher, die Gesamtaussicht ist sehr gut. Fahnenstange, wisst ihr, bin ich nicht ganz davon überzeugt. Also könnte es vielleicht sein, dass wir mal einen Rücksetzer sehen. Das ist dann aber eine Gelegenheit. Der Rücksetzer dürfte natürlich bei diesen Extremen auch ein bisschen deutlicher ausfallen. Wenn die Aktie mal tatsächlich nochmal unter 50 US-Dollar Richtung 40 zurückkommt, wenn jetzt eine herbere Enttäuschung kommen sollte, dann ist das aber trotzdem eine Gelegenheit. Die Fantasie bleibt hoch. Der Aktie ist gut unterwegs. Und auch die Autos sind gut positioniert. Also von daher nicht verrückt machen lassen. Aber bitte auch jetzt nicht noch extrem hinterher springen. Es gibt auch viele andere gute Aktien. Man muss nicht immer hinter 12% hinterher springen. Bei NIO, die die E-Roller machen, sehen wir es hier. Gestern, heute erholt sich die Aktie schon wieder ein bisschen, ging es fast 10% nach unten. Wachstumsraten sind ganz gut, lagen aber unter den Erwartungen der Experten, Analysten, alles lagen sie drunter. Und zwar deutlich. Deswegen ging es gestern fast 10% bergab. Ausblick aber auch nicht schlecht. Unternehmen wird weiter wachsen. Muss mal gucken, wie die Analysten sich jetzt hier anpassen. Auch hier sehen wir, dass die Aktie einen enormen Schub hingelegt hat. Auch hier ging es von, wo sind wir hier, von zwischen 6 Dollar ging es hoch auf 32. In der Spitze lagen wir sogar bei 36. 6 mal 6 ist 36. Also hat sich die Aktie versechsfacht. Also auch hier haben wir einen enormen Schluck aus der Pulle gesehen. Auch hier war jetzt mal ein Rücksetzer fällig. Wenn die Aktie Richtung 30 zurückkommt, was ich noch nicht mal glaube. Weil jetzt haben wir schon wieder eine leichte Gegenbewegung. Die Aktie liegt vorbörslich schon wieder 2-3% im Plus. Von daher, wer mag, hat jetzt vielleicht hier nochmal eine Gelegenheit aufzuspringen. Ich glaube zwar nicht, dass wir wieder noch so ein gewaltiges Tempo sehen, dass sich die Aktie nochmal versechsfacht. Aber auf jeden Fall bleiben auch hier die Aussichten gut. Dritter im Grunde auf China, auf den wir heute gucken wollen. Peng, x-peng, x-peng, wie man es nennen mag. Auch hier sehen wir von unter 20 Dollar auf 72. Auch mal locker für 3,5-fach. Auch hier ist man gut unterwegs. Auch hier investiert man viel in die Zukunft, viel in die Software, viel ins autonome Fahren. Und hier muss man sagen, hat tatsächlich auch Tesla weiterhin ganz weit, die Nase ganz weit vorne. Aber auch hier kohlen die Chinesen auf. Und auch hier ist x-peng gut unterwegs. Und könnt ihr natürlich machen. Aber auch hier bitte jetzt nach 32,92% gestern. Bitte nicht hinterher springen. Bitte, bitte, bitte nicht. Wartet, bis ihr ein Stück zurückkommt. Setzt euch auf die Watchlist. Und ansonsten gilt der Spruch, den können wir auch auf eine Kaffeetasse machen. Wer sehr hart freut sich. Also auf jeden Fall, klar, was soll man machen? Kann man ja auch nichts anderes machen. Aber bitte jetzt nicht extrem hinterher springen. Aussichten bleiben. Weiter gut. Dann könnte es ja auch einen neuen Autoriesen in China geben. Huawei hat ja ein bisschen seine Problemchen gehabt. Hat auch ein bisschen jetzt die Mobilfunk, also zumindest die Billigsparte verkauft, was die Handys angeht. Und sich frisches Geld besorgt. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, wo das hinfließt. Und was von der chinesischen Presse auch extrem bejubelt wird. Nämlich Huawei, Shangan Auto und Kattel, der größte chinesische Batterieproduzent, haben sich zusammengetan. Und hier kommt einiges zusammen. Huawei bringt sein gewaltiges Fund im Bereich Software und autonomes Fahren, da machen sie schon länger mit, ins Boot rein. Shangan natürlich eben die Automobilerfahrung, das Autobauen an sich. Und Kattel eben die Batterie, die da in dieses Auto kommt. Also, wie genau das aufgeteilt ist, ob es jetzt hier ein Unternehmen wird, wo jeder 33,333% hält oder so, ist auch nicht klar. Aber dass hier jeder seinen Fund mit reinbringt und es mit dem anderen kombiniert, das ist klar. Und das könnte natürlich jetzt auch wieder ein gutes Unternehmen werden. Aber wir müssen natürlich auch sehen, die hinken natürlich dem Markt hinterher. Man muss gucken, wie schnell man da jetzt zu Potte kommt, wie schnell man ein Auto auf die Straße bringen kann. Oder besser gesagt, in Serie. Also, es wird schon noch seine Zeit lang dauern. Bis dahin werden die anderen auch nicht schlafen. Aber trotzdem, hier haben sich drei Größen der Branche zusammengetan. Und wenn man das Know-how aus allen drei Gebieten tatsächlich in ein Auto bündelt, dann ist das auf jeden Fall was, wo man hingucken sollte. Hatte ich gestern auch schon in die Community gepostet, dass die eben sich da zusammengetan haben. Und da ein neuer Autobauer quasi entsteht. Dann gucken wir ein bisschen auf die Fluglinien, die natürlich heute auch wieder so ein bisschen Überflieger sind. Also, wir profitieren von der Impfstoff-Hoffnung. Quantas. Die überlegen gerade am neuen Konzept. Und was auf jeden Fall schon mal feststehen soll, ist Überseerflüge nur mit Impfung. Also, wir haben gestern auch in der Community ein bisschen diskutiert. Tests. Ja, braucht man viel mehr? Muss man noch testen, bevor man geimpft wird? Ich denke, muss man nicht. Wenn man geimpft wird, kostet das schon genug Geld. Und wenn ich eben schon Antikörper habe, dann habe ich es halt eben doppelt gemoppelt. Aber brauche ich ja vorher dann nicht einen Test. Der stellt fest, der hat er nicht an Impfungen. Das ist ja doppelt. Also, ich glaube, dass dahingehend nicht so sehr getestet wird. Dass die Fluglinien weiter testen. Quantas wird dieses Problem jedenfalls umgehen, indem man sagt, okay, Überseerflüge nur noch, wenn derjenige vorweisen kann, dass er geimpft ist. Inlandflüge wissen sie noch nicht genau, aber das ist der Plan für Überseerflüge. Also, das könnte natürlich auch ein bisschen jetzt dann Vorbildfunktion für die anderen haben, wenn der Impfstoff dann auf dem Markt ist. Wir haben auch Annahmen oder die erste Hochrechnung zum Beispiel von der Citigroup, die sagt, die Herdenimmunität frühestens drittes Quartal 2021 wird auch so in etwa stimmen. Aber klar, der eine oder andere muss fliegen und darf vielleicht vorher auch geimpft werden. Also, von daher vielleicht gar nicht so ein schlechter Schachzug. Ob die Lufthansa jetzt dann auch so agiert oder sagt, wir machen erstmal probeweise Tests. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird natürlich weiter getestet. Wir sehen aber auch, dass viel darin schon eingepreist ist. Wenn wir uns auf unsere Watchlist angucken, wo wir sind, dann haben wir zum Beispiel die ganzen Test-Laboratorien, und alles, hier sehen wir es. Eine Perkin-Elmer ist zur Zeit nicht so gut unterwegs. Eine Abbott Laboratories hat in den letzten Tagen eher ein bisschen verloren. Und auch eine Eurofin Scientific, die ich auch sehr gut finde, hat sogar 4% verloren. Unterdessen sind dann eben andere Unternehmen wie Air France, KLM oder eben hier PVH Corporation, die Bekleidung machen, sind im Aufwind. Karneval, klar. Entertainment, hier haben wir den Kinobetreiber, der auch gestern 13,73% gemacht hat. Da sehen wir, es findet so ein bisschen Umschichtung statt. Und ich habe ja gesagt, ich will bei Valero Energy rein. Habe ich verpennt. Kann ich mir selber in den Hintern beißen. Die haben gestern 11% gemacht. Also hätte mir ein Muster-Depot auch ganz gut zu Buche gestanden. Ich habe ja immer gesagt, ich will da rein. Und dann habe ich es selber verpennt. Schön gemacht. Und dann sind wir eben hier auch bei Air France, KLM. Auch die heute 10,75% im Plus. Also profitieren auch weiterhin jetzt von der neuen Impfstoff-Hoffnung. Deswegen, die einzelnen Werte ziehen an. Wir haben es gerade schon gesagt, man muss das große Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen außer Acht lassen und nicht immer nur stur auf die Entwicklung vom DAX gucken, sondern eben auch gucken, wo spielt gerade die Musik. Und da muss ich, glaube ich, auch den Norbert jetzt gratulieren. Der hat ja gestern oder vorgestern in der Community auch schon gepostet, dass er sich über Air France, KLM rein ist. Also kann er sich heute über Satze 10% freuen. Glückwunsch. Norbert. Watchlist haben wir angeguckt. Gehen wir weiter. Shell haben wir auch hier des Öfteren darüber schon gesprochen. Die Ölpreise erholen sich ein bisschen, weil man eben auch konjunkturell von der Erholung ausgeht mit dem Impfstoff. Deswegen ziehen die Ölpreise ein bisschen an. OPEC Plus hat gesagt, wir werden wahrscheinlich die Förderquoten noch verlängern und besser gesagt auf dem Niveau jetzt verlängern. Alles spielt Shell so ein bisschen in die Karten. Und ich habe es hier oft genug gesagt. Shell dürfte sich reich und schnell erholen. Und hier sehen wir es von um die 10 Euro sind wir jetzt schon wieder über 15. Also hier in der knappen Zeit von 28. Oktober bis jetzt knapp im Monat 50% mit einer Aktie, die eigentlich viele, wenn wir uns den langen Abwärtstrend hier angucken, schon abgeschrieben hat. Aber darf man nie. Aktien sollte man nie abschreiben, wenn sie groß sind. Deswegen gucken wir auch mal eben wegen der Umschichtung hier aufs Musterdepot mit den langfristigen Werten. Und wir sehen es lediglich Bayer ist hier der einzige Wert, der noch im Minus ist. Ansonsten haben wir alle Werte, die für langfristig geplant waren im Plus. Eigentlich sollte das erst Mitte nächsten Jahres so richtig alles abgeht. Aber wie gesagt, auch hier habe ich mich selber ein bisschen im Zeitrahmen vertan. Und wir sehen es hier im Langfristdepot läuft auch alles ganz rund 13% im Plus. Wenn die alle sich noch ein bisschen weiter erholen, könnte es hier doch auch noch nächstes Jahr viel Freude machen, dieses Musterdepot. Und vor allen Dingen, wir sind ja gerade mal zur Hälfte mit dem Geld, was es gibt, investiert und haben hier wirklich nur bislang reingekauft und nichts verkauft. Airbus, auch heute einer der großen Gewinner. Natürlich auch Impfstoffhoffnung. Auch hier geht es weiter nach oben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist es alles so bunt, dann ist es nicht nur, weil Airbus sich eben aufgrund der Impfstoffhoffnung heute erholt, sondern weil Airbus auch ein ganz heißer Kandidat ist auf eine Aufnahme in den DAX. Das ist ja heute auch beschlossen worden, heute rausgekommen, dass es eben ein paar Veränderungen gibt. Der Airbus wird, glaube ich, von 60 auf 50 reduziert und der DAX von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt. Airbus ein ganz heißer Kandidat. Ich habe noch mal ein paar mitgebracht, die auch Favoriten sind, die ich auch ganz gut finde. Wer jetzt ein bisschen darauf spekulieren möchte, kann ja vielleicht bei der einen oder anderen Aktie mal gucken, ob sie ihm gefällt. Eine HelloFresh ist für mich auf jeden Fall immer noch gut dabei. Auch jetzt mit der Übernahme, auch wenn sie zuletzt ein bisschen gelitten haben. Bechtle, IT-Unternehmen, auch gute Zahlen präsentiert, auch gut unterwegs. Sartorius, Laborausrüster, dürfte auch weiterhin vom Corona-Impfstoff profitieren. Dann Zalando, ganz klar, auch trotz Virus, trotz Impfstoff gehe ich davon aus, dass auch weiterhin der Online-Verkauf gut läuft, besonders auch noch in diesem Jahr. Nemechek, Softwareunternehmen für Bausoftware, auch hervorragend, ist in diesem Jahr noch nicht so gut gelaufen, könnte aber trotzdem Reihen bekommen. Und eben Siemens Healthy Nears, Siemens Energy wird vielleicht irgendwann auch ein DAX-Kandidat, aber ich glaube, da ist die Beteiligung von Siemens noch zu groß, um jetzt aktuell da mitzuspielen. Oder auf jeden Fall könnte es natürlich sein, dass wir irgendwann auch dann beim 40 Unternehmen im DAX dreimal Siemens drin haben. Siemens, Siemens Healthy Nears und Siemens Energy. Also auch das könnte durchaus möglich sein. Zudem hat die deutsche Börse auch noch beschlossen, man muss zwei Jahre lang auch positiv getestet, würde ich jetzt schon sagen, natürlich Corona-frei sein. Auch das, nein, aber man muss auch Gewinne schreiben. Also man muss profitabel, das war das Wort, was mir gerade kurz entfallen war. Ja, man muss auch zwei Jahre lang profitabel sein. Damit reagiert man auch auf die Kritik, dass Delivery Hero in den DAX eingezogen ist für Wirecard. Also nach den neuen Kriterien hätte es diesmal Delivery Hero nicht geschafft. Und die fliegen aber jetzt nicht raus, ist glaube ich die letzte Möglichkeit. Sie bleiben drin, aber für alle Neuankömmlinge im DAX gilt eben auch das, man muss zwei Jahre lang operativ positiv gewirtschaftet haben im Plus. Also auch das neues Aufnahmekriterium. Dann DAX, MTU heute auch natürlich 5,9 Prozent, 5,89 Prozent im Plus. Auch hier haben wir weiter die Impfstoff-Hoffnung, auch hier greifen die Anleger zu ohne große Nachricht. Einfach die Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht, dass wieder mehr geflogen wird und alles. Aber auch hier bitte im Hinterkopf behalten. Wir wissen noch, Bill Gates hat gesagt, 50 Prozent der Dienstreisen sind für ihn abgeschrieben. Also von daher auch ein bisschen weniger fliegen, auch hier ein bisschen auf die Bremse drücken. Und wo wir gerade bei Bill Gates sind, der ist nicht mehr viertreichster Mann der Welt. Der ist jetzt nur noch fünfreichster Mann der Welt. Elon Musk hat ihn überholt. Nach diesem Spurt, den Tesla wieder angesetzt hat und auch wieder auf ein neues Allzeithoch geschossen ist, hat Elon Musk jetzt ein geschätztes Vermögen von ein bisschen mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Jeff Bezos ist immer noch der reichste Mann der Welt. Zwei und drei haben sie irgendwie nicht genannt in der Nachricht, aber sie haben nur gesagt, dass eben Elon Musk an Bill Gates vorbeigezogen ist von fünf auf vier. Also Elon Musk hat jetzt ein paar Märkchen auf der hohen Kante, aber ist auch viel Buchwert, hängt ja auch viel von der Aktie ab. Wer also gerne wieder Bill Gates auf Platz vier sehen will, der muss nur die Tesla-Aktien verkaufen oder irgendwas erfinden, dass die Tesla-Aktien wieder fallen und dann ist Elon Musk wieder ein bisschen ärmer auf dem Papier. Daimler heute auch wieder im Plus. Wir sehen es hier, charttechnisch hat sich die Aktie jetzt endgültig bei dem Widerstand, den wir hier gesehen haben, freigeschwommen. Ich habe ja auch hier in den vergangenen Tagen, Wochen immer wieder gesagt, aktuell ist Daimler der Liebling der Autobauer oder der deutschen Anleger unter den Autobauern. So rum formuliert, auch das bestätigt diese Kursentwicklung. Ich musste ja sogar einen längerfristigen Chart mitbringen, damit wir mal sehen, bis 60 Euro ist charttechnisch gesehen der Weg eigentlich frei. Man hat jetzt eben, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Motorenproduktion ein bisschen nach China verlegt. Mit IGLI zusammen wird man Hybridmotoren bauen. Auch das dürfte natürlich ein bisschen auf die Kostenbremse drücken. Also hier dürfte man einiges dann sparen. Ja, Donald Trump oder so würde das nicht gut heißen, wenn die Produktion ins Ausland verlagert wird. Aber hier können wir nichts machen. Hier ist nur die Gewerkschaft empört. Vielleicht auch ein gutes Stück zurecht. Aber sowas auch in Deutschland bauen könnte. Aber wir sehen es, Daimler geht hier raus, 60 Euro. Wer dabei ist, freut sich weiterhin. Und ich denke, dass wir jetzt an der 60 erstmal vielleicht ein bisschen abprallen, dass hier die ersten Gewinnmitnahmen einsetzen. Wenn wir gucken, wir kommen hier unten von fast 20. Also hat es die Aktie auch schon mal eben verdreifacht. Also kann man ja auch nicht meckern. Dafür, dass wir ja so eine große Krise in der Automobilindustrie haben, hat sich Daimler jetzt hier von 20 auf 60 auch gerade mal nicht so verkehrt entwickelt. Weil auch gestern irgendwie einer geschrieben hat, warum kommt Cummins nicht in die Gänge. Cummins hat sich auch verdreifacht, auch wenn man es auf Jahressicht nicht sieht. Aber eben vom Corona-Tief ausgehen. Und das ist ja aktuell ein bisschen auch der Maßstab. Deutsche Bank hat bei Wirecard nicht zugeschlagen. Jetzt wissen die Insider, dass man vielleicht beim anderen Bezahldienstleister sich umschaut, dass man in diesem Bereich wachsen möchte in den nächsten Jahren. Man verdient aktuell beim Mobile Payment um die 100 Millionen Euro. Man möchte das verdoppeln auf 200 Millionen. Dafür hat man neue Leute eingestellt. Aber eben Wirecard hat das Geschäft nicht übernommen. Wir wissen, es ist an Santander gegangen. War der Deutschen Bank zu kompliziert? Die Insider sagen aber, sie sind weiter dran. Sie wollen weiter in dem Geschäft aufbauen. Entweder mit einem Zukauf von einem kleinen Unternehmen oder mit einer Kooperation von einem größeren Unternehmen, was aktuell noch nicht in Europa tätig ist. Also auch hier möchte man vielleicht irgendwas Neues beleben. Für mich, Deutsche Bank, weiterhin, habe ich auch hier schon oft genug gesagt, unter 7 Euro war es für mich immer. Was man zuschlagen konnte, jetzt sind wir über 9. Also auch ganz gut. Und es könnte durchaus weitergehen in Richtung 10. Vielleicht noch nicht ganz in diesem Jahr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Wenn wir vielleicht auch die Quartalszahlen oder besser gesagt die Jahresendzahlen sehen. Fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Und Seewink, wie versprochen, zumindest beim operativen Geschäft schwarze Zahlen präsentiert. Tops und Flops, Continental, MTU, BASF, Volkswagen, BMW, Autobauer, Seemes, BASF und Continental, MTU. Alles ein bisschen mehr Risiko, was jetzt wieder gegangen wird. Und wir sehen es, die konservativen Werte. Deutsche Wohnen, Vonovia, Adidas, Bayersdorf und RWE. RWE, habe ich im Musterdepot im Minus, aber 0,52%. Alles kein Beinbruch. Dann gleiches Phänomen ohne größere Nachricht. TUI, jetzt die Frage, ob man über die 6 Euro kommt. Vielleicht wäre es ein bisschen des Guten zu viel. Aber wir wissen, im Langfristdepot haben wir sie reingekauft. Und da haben wir sie gekauft oder habe ich sie gekauft für 2,99. Also hier auf diesem Dip habe ich TUI gekauft. Dann waren wir hier schon mal um die 100% im Plus. Und jetzt sind wir es hier dann fast auch schon wieder. Also ist auch kein Beinbruch, wenn sie erstmal daran ein bisschen scheitert. Aber wir sehen es heute auch wieder 11,23%. Die Fantasie mit dem Impfstoff, dass wieder gereist wird, ist gut. Könnte aber vielleicht tatsächlich nochmal einen Rücksetzer geben, wenn nämlich die City recht hat mit der Herdenimmunität und mit allem. Und wenn man sagt, wer bei Qantas auch so ein bisschen als Vorbild genommen wird, um, ich sag mal, unbelastet reichen kann man, wenn man geimpft ist. Und dann ist, wie ich hier auch schon mal angedeutet habe, vielleicht doch nicht die Sommerferien der ganz große Trigger, wo sich dann vielleicht immer noch einige zurückhalten und sagen, nee, ist mir noch ein bisschen zu riskant. Muss jetzt nicht noch auf den letzten Drücker mir Corona einfangen oder so. Warte lieber, bis ich tatsächlich meine Impfung habe. Und dann könnte es natürlich sein, dass wir in den Herbstferien eine Riesensause sehen, wo alle sagen, okay, weil ich im Sommer nicht weg war, dann bin ich im Herbst unterwegs und mache da zumindest mal eine Woche, vielleicht noch irgendwo Urlaub, wo es schön warm ist. Also das könnte sich vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben und dann erst 2022 wieder in den Sommerurlaub-Boom übergehen. Aber wir wissen auch, normalerweise ist das Winterquartal, das letzte Quartal ja auch das schwächste von TUI und von allen Reisekonzernen. Aber vielleicht ist alles diesmal ein wenig anders. Kiovec gibt heute ein bisschen ab. Die haben gestern nämlich bekannt gegeben, dass sie jetzt auch einen Produzenten für ihren Impfstoff haben. Dass die Aktie nach dem steilen Anstieg ja auch wieder ein Stück zurückkommt, ist auch kein Beinbruch. Wir haben sie einfach nur, habe ich sie mitgebracht, damit wir schön auf Wacker Chemie umleiten können. Die sind nämlich jetzt der neue Produzent des Impfstoffes von Kiovec. Die haben ja noch einen Partner gesucht. Und Baader Bank legt direkt hinterher. Die sagt, aufgrund dieser Tatsache heben wir unsere Kaufempfehlung oder behalten wir unsere Kaufempfehlung. Nee, machen wir eine Kaufempfehlung jetzt. Von Add auf Buy geht es hoch. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und Kusti wird von 92 auf 123 Euro angehoben. Also auch hier jetzt noch Luft nach oben. Natürlich Wacker Chemie, der neue Prozent und das Produzent vom Impfstoff von Kiovec. Und das dürfte natürlich einiges an Moneten bringen. Dermafarm ist das Pendant quasi für Biontech. Das war ja auch gestern schon klar. Oder wir haben es gestern hier schon gesagt. Erst danach ist die Aktie so ein bisschen ins Rennen gekommen. Und auch heute war sie erstmal sehr gut unterwegs. Kommt jetzt wieder ein kleines Stück zurück. Aber insgesamt gesehen, wenn wir den Schatten mal ein bisschen länger machen, läuft es natürlich hervorragend. Die Aktie ist hier oben jetzt wieder raus. Auf ein neues Allzeithoch über 50 Euro raus. Nachhaltig eigentlich ein Kaufsignal hat es das heute auch gegeben. Die Aktie, aber einige nehmen die Gewinne ein bisschen mit. Langfristig gesehen dürfte auf jeden Fall auch die Produktion des Wirkstoffes von oder Impfstoffes von Biontech weiter für gute Zahlen und für eine gute Fantasie bei Dermafarm sorgen. Warta heute von Stiffel Europe. Jetzt fragt sich vielleicht einer, wer? Ehemals Main First heißen jetzt Stiffel Europe. Also haben sie sich ein bisschen umbenannt. Main First war ja dann eher schon ein Begriff. Senken heute die Aktie von Warta von Sell auf Buy. Und Kursziel wird von 145 auf 97 Euro runtergenommen. Das soll jetzt der Grund sein. Ich weiß nicht, was der Analyst da alles so gelesen hat. Er sagt, die Konkurrenz aus Asien wird größer. Ja, könnte gut sein. Aber auch schon in diesem Jahr hat Warta bewiesen, dass hier die stärker werdende Konkurrenz, die ja schon seit anderthalb Jahren nachgesagt wird, aktuell das Geschäftsmodell nicht belastet, sondern Warta weiter solide bis sehr gut wächst. Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie bessere Informationen hat und dann widersprüchliche Aussagen bezüglich des Ausblickes vom Management konnte ich jetzt auch nicht finden. Also ich weiß nicht genau, was ihn da geritten hat. Er kann es ja runterstufen, das ist ja alles klar. Jeder hat hier seine eigene Meinung zu den Aktien. Die Begründung kann ich hingegen nicht nachvollziehen und ich würde mich davon jetzt auch nicht nervös machen lassen. Wir haben zuletzt gesehen, dass ein größerer Hedgefonds seinen Anteil reduziert hat. Das ist auch ein bisschen komisch, dass wieder in die Aufwärtsbewegung rein jetzt so eine Verkaufsempfehlung kommt. Also ich würde mich davon jetzt nicht verrückt machen lassen. Ich würde mich aber von dem Kurs zur Rücksetzer nicht verrückt machen lassen. Und falls das aber einige doch machen und die Aktie tatsächlich in diese Richtung 97 Euro laufen sollte, dann würde ich da auf jeden Fall, wenn ich die Aktie noch nicht habe, also werde ich sie da kaufen oder würde ich sie da kaufen. Weil für mich ist die ganze Begründung irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben mehrere Interviews mit dem Vorstandsvorsitzenden jetzt nochmal durchgelesen heute und ich konnte da die Aussagen nicht bestätigt finden, die da standen, sondern da war klare Linie, klare Kante. Klarer Ausblick und vor allen Dingen auch klar erklärt, dass man bei den Batterien für Autos noch nicht so weit ist und da erst in ein paar Jahren hinkommt. Also von daher auch nicht übertrieben oder sonst was, sondern eben bei den Wearables ganz klares Plus, ganz klarer Markenführer. Und auch wenn man die Produktion von Apple anschaut, dann weiß man, dass das alles auch so stimmt. Von daher, ich würde die Empfehlung jetzt nicht beherzigen und auch, ich verstehe sie nicht so richtig. Also da habe ich ja eine andere Meinung, darf man ja auch. Dann, weil oft genug nachgefragt wurde, ist, ja, Wolterbox, heute 12,98 Prozent. Ich habe mir jetzt auch nochmal die Augen gerieben und habe auch nochmal geguckt, ob irgendeine Nachricht dahinter ist. Nö, ist einfach jetzt vielleicht, weil man meint, Elektromobilität ist wieder gut. Die Sparte ist ja auch ganz gut gelaufen und bei Wolterbox, da hat man gute Wachstumsraten erzielt. Unterm Strich, wenn man es komplett zusammennimmt, sind die Zahlen gruselig gewesen. Schlechter als erwartet, aber jetzt muss man sagen, vielleicht spielt jetzt hier wieder die Fantasie rein, wer es ein bisschen konservativer mag und nicht direkt auf Wolterbox setzt, weil das ist für mich ein bisschen risikoreich. Haben wir ja auch schon, aber auch besprochen. Wir haben es jetzt nochmal gemacht, weil die Frage immer wieder so oft kam. Der nimmt dann eben die Beteiligungsgesellschaft MBB, die sind ja eben an Wolterbox beteiligt, haben noch andere aussichtsreiche Kandidaten im Depot und vielleicht wird hier auch ein neuer Börsengang vorbereitet. Von der nächsten Beteiligung haben wir ja alles schon besprochen. Einfach nochmal in die alten Sendungen reingucken und dann sehen wir auch hier, ist natürlich zuletzt auch schon sehr gut gelaufen. Wenn die Aktie nochmal wieder ein Stück weit zurückkommt und man es ein bisschen konservativer mag und nicht jetzt direkt auf Wolterbox springen möchte, dann kann man durchaus MBB machen. Haben wir auch damals gesagt, als wir besprochen haben, dass MBB gut unterwegs ist und dass man hier ruhig mal mitzocken kann und da waren wir tatsächlich noch unter 90 Euro. Also dürfte es sich auch gelohnt haben, wenn man das gemacht hat. Elrin Klinger auch vorgewählt, außer Rand und Band, wie man es nennen will. Ja, vor, ich weiß nicht, Anfang, Mitte des Jahres mit den Zahlen mit Corona schon fast irgendwie ein bisschen als Pleitekandidat oder sonst was gehandelt und dann muss man sagen, ja, hervorragendes Comeback mit guten Kooperationen mit Airbus und allem Pipapo, allen Schnickschnacken, Wasserstofffantasie endlich aufgeblüht und seitdem, ja, rennt die Aktie. Wir sehen es hier von 6 Richtung 13.20 hat sich auch schon vom T4 um die 6 Euro mehr als verdoppelt und das mal eben auch so, naja, anderthalb Monaten. Also kann man nicht motzen, kann man nicht meckern und wenn alle immer über Fuel, Cell, Energy oder so reden, Elrin Klinger hat es auch sehr gut hingekriegt und Plug Power ist heute auch wieder sehr gut unterwegs und von daher gucken wir kurz aufs Muster-Depot. 28% und bin ich im Plus. Ich muss sagen, eigentlich könnte ich mir jetzt sagen, wir hören auf, ich vergesse schon Dezember, steige aus, stelle auf 0. 28%, ich muss sagen, ja gut, ich habe keine Gebühren bezahlt oder sonst was, das ist vielleicht 25% oder sonst was, steuern noch ein bisschen ab, aber haben wir 20% vielleicht gemacht in einem Jahr. Also darüber kann man ja jetzt nicht motzen, kann man sich extrem zurücklehnen und kann sagen, der eine oder andere Wert ist ganz gut gelaufen. Wir sehen es hier, lang und schwarz über 100% und auch Plug Power 133%. Dann habe ich es gestern gelesen, heute zum sechsten Mal und weil ich es auch ganz interessant fand, habe ich direkt gesagt, okay, machen wir heute mal MIG AG. Was verbirgt sich hinter diesem Kursanstieg? Wir sehen es hier, MIG AG wird jetzt eine Beteiligungsgesellschaft, ist alles umgepurgelt und da soll jetzt eben Pyramid rein. Ein Unternehmen aus Freiburg und wie ihr seht, machen die diese Selbstbedienungsturns oder Terminals. Wie ihr es kennt, man muss ja am Flughafen, auch wenn man fliegt, nicht mehr unbedingt zu der Dame am Schalter gehen und da alles machen, sondern man kann ja seinen Personalausweis da vorlegen oder die Flugnummer und schon kriegt man sein Ticket so ausgestellt und alles. Oder die machen auch in Deutschland die Terminals für, da geht ja aber keiner hin, weil es ja nicht schmeckt. McDonalds, auch da, wer da schon mal war und schneller bestellen möchte und das auch diese Terminals, die bei McDonalds hier in Deutschland sind, die sind von Pyramid. Hört sich alles gar nicht mal so schlecht an und dieses Unternehmen wird jetzt eben hier in die MIG AG eingebracht und wer sich mal ein bisschen umschaut, ich habe jetzt noch keine Zahlen so richtig finden können, aber hört sich so auf den ersten Eindruck ganz interessant an. Sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen weiterverfolgen, wer Interesse daran hat und dann auch mal gucken, wie sich die Zahlen so entwickeln. Das ist der Hintergrund in MIG AG, weil gestern wurde zum sechsten Mal danach gefragt. Ja, dann haben wir es auch besprochen. Und aber Vanessa, du bist schon öfter dabei als das sechste Mal. Das ist der Fall. Ich bin schon öfter dabei und wir haben schon wieder einen neuen Zuschauerrekord. Aktuell 1.318 Zuschauer. Ich bin schon wieder geflasht von euch und da wir auch schon bei Minute 32 sind, komme ich mal auf den Punkt und zwar zu den Fragen. Dann wurde hier vorhin gefragt, lohnt es sich noch in einen Sparplan auf den MDAX zu investieren, wenn nun der DAX um 10 Werte aufgestockt wird? Wurde jetzt mehrfach nachgefragt. Deshalb, vielleicht kannst du da sowas sagen. Deswegen läuft dann der MDAX nicht mehr. Ich verstehe irgendwie die Frage nicht so richtig. Klar, lohnt sich das, wenn man das machen möchte. Auch wenn da 50 Werte weniger drin sind, bleibt ja die Rechnung gleich, wird die Gewichtung ein bisschen geändert und dürfte sich die Performance dann auch anders ergeben. Es ist ja nicht, dass 10 Werte wegfallen und dann irgendwie die Performance irgendwie weggeht. Also natürlich gehen ein paar gute Unternehmen raus, aber es sind auch gute Unternehmen drin. Und generell, wenn man es vergleicht, läuft der MDAX immer ein bisschen besser als der DAX im Jahressicht. Also ich denke, auch daran wird sich jetzt nicht so viel ändern. Also von daher, klar, lohnt sich immer, wenn man das machen möchte. Ich bin ein Fan von so Sparplänen mit 50 Euro oder sonst was. Finde ich super. Kann ich hier nur die ganze Zeit erzählen, weil dann bin ich ja quasi als Stockpicker arbeitslos. Aber Sparpläne muss ja nicht immer nur ein ETF oder irgendwas sein. Kann man auch mit einer Aktie machen. Kann man auch, ja, keine Ahnung, mit einer Deutschen Bank oder irgendwas machen. Also ja, finde ich immer gut. Bin ich ein absoluter Fan von, um auch dieses Thema zu imgehen. Ich habe nur 100 Euro, soll ich das jetzt ja mitmachen? Oder irgendwas, das ist alles totaler Käse. Jeder meint immer nur, also auch weg von diesem Vorurteil. In der Börse kann man nur Geld gewinnen, Geld verdienen, wenn man 100.000 Euro hat. Nee, Quatsch. In der Börse kann man auch Geld verdienen und auch seine Rente machen, wenn man monatlich nur 50 Euro investiert. Von daher bin ich da immer ein absoluter Fan von. Egal ob Aktie, ETF oder sonst was. Okay, so. Dann habe ich hier vorhin ein paar Mal im Chat ein paar von unseren Merchandise-Produkten angepinnt. Und da haben sich doch tatsächlich ein, zweimal beschwert, dass da jetzt doch tatsächlich mal Werbung kommt. Wir haben auf unserem Kanal keinerlei Werbung. Wir machen Mahlzeit völlig kostenlos. Und wenn dann da ein, zweimal im Chat ein kleines Icon aufblinkt, dann wird das, denke ich, verkraftbar sein. Aber so oder so, schaut euch auf jeden Fall mal die coolen Produkte in unserem Merch-Shop an. Für die Unicat habe ich auch extra noch eine Einkaufstüte aufgenommen. Also da gibt es sehr, sehr coole Sachen. Wir haben natürlich auch schon bestellt. Bei uns kommen die Produkte wahrscheinlich nächste Woche an. Und dann werden wir das natürlich auch in der Sendung mal präsentieren. Die coolen Hoodies und Handyhüllen, eine Einkaufstüte und, und, und. Ne, Markus? Auf jeden Fall. Du hast mir ja gesagt, die Einkaufstüte ist sofort bestellt worden. Da habe ich ja direkt darauf reagiert und habe gesagt, das war Unicat. Ich weiß nicht, ob es das war, aber sie wird es uns bestimmt irgendwann mal sagen, ob sie sich so eine Tüte bestellt hat, weil sie sich ja auch gewünscht hat. Ja, ich finde die Produkte alle sehr cool. Eine Frage machen wir noch. Auf geht's. Der Christian fragt, ich überlege, was ich mit der Zoom-Aktie mache. Ich bin recht hoch eingestiegen, jetzt 15 Prozent im Minus. Wo seht ihr die Aktie kurzfristig oder auch längerfristig? Längerfristig wird sie auf jeden Fall weiter nach oben gehen. Aber wir haben auch hier wieder, denke ich, dieses, was wir jetzt auch schon oft genug diskutiert haben, ist dieses, es muss sich wieder einpegeln. Für viele war Corona-Jahr, also 2020, ein Sonderfall. Ich denke, für Zoom auch. Die großen Wachstumsraten im nächsten Jahr zu toppen, wird schwierig, aber sie werden auf einem guten Niveau, denke ich, weiter wachsen. Aber man muss ja auch sehen, wo ist jetzt die Grenze? Wir haben eben schon drüber gesprochen. Bill Gates hat gesagt, 50 Prozent der Dienstreisen entfallen für ihn, weil man es eben über Videokonferenzsystem abdecken kann und jetzt da auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist und auch da weiß, ist ja gar nicht so schlecht, kann man machen. Von daher ist auch die Fantasie in der Branche eigentlich noch ganz gut gegeben. Es ist ein hart umkämpfter Markt, aber ich denke, jetzt muss sich das Ganze ein bisschen einpegeln. Wie gesagt, ich bin kein Fan von den Fahnenstangen, ich weiß ja nicht, wo er dann da reingekauft hat. Natürlich ist sowas immer ein bisschen riskant und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen durch. Ich denke, sie wird weiter nach oben laufen, wieder die Aktie, aber jetzt sind wir mit dem Corona-Impfstoff, mit der Fantasie, sind wir hier tatsächlich in einen Bereich angelangt, wo sich das Wachstum und die Fantasie deutlich ein gutes Stück verringert haben, wo man auch wieder sagt, okay, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere nicht mehr auf Zoom zurückgreifen und doch lieber hinfliegen und dem anderen mal die Hand schütteln oder sagen, das ist ein Gespräch, wo man tatsächlich auch persönlich dabei sein muss oder irgendwas. Also ich denke, Fantasie und Wachstum weiterhin, ja, aber Zoom, einer der Werte, der sicher seinen Weg wieder finden muss. Wir kommen vom hohen Niveau und müssen uns wieder auf ein geringeres Wachstum einpegeln. Okay, so. Dann schreibt einer unserer Zuschauer jetzt schon, er hat seiner Freundin schon mal am Rande unseren Mahlzeitshop gesteckt. Das lobe ich mir, hinsichtlich Weihnachtsgeschenken. Und am Freitag ist ja auch Black Friday, das sage ich hier gerade mit einem kleinen Zwinkern. Und genau, dann freue ich mich auch noch ganz besonders auf die nächste Woche und das dürft ihr auch, denn wir haben ein ultra geiles Weihnachtsgewinnspiel am Start und wir haben dieses Jahr erstmals einen OnBista Adventskalender, von dem ich eben schon Markus stolz berichtet habe und da erwarten euch richtig, richtig tolle Preise. Also nächste Woche wird einfach nur der Knaller. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst uns in jedem Fall ein Like da. Macht das auf jeden Fall und ich wünsche euch einen erfolgreichen Börsentag. Wir sehen uns morgen wieder. Und wenn euch die Sendung gefallen hat,